so leute der stream ist jetzt online sorry noch mal wegen dem anderen stream werden kleinen fehler gemacht deswegen machen wir jetzt noch mal neu aufnahme und Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, alle sind am Start. Schon okay. Ich habe irgendwie auch keine Einladung bekommen. Ihr wisst ja, wir machen ja jetzt einen Raubüberfall. Und wir sind jetzt hier im Apartment und planen jetzt schon den Raubüberfall. Ja, Ahmed, Kuhl und Hyke Passer sind ja am Start. Das wisst ihr ja jetzt. Jolo. Jolo, genau. Also dann, cool, starte mal den schönen Raubüberfall. Also wir müssen ja erstmal die Vorbereitungen machen. Vier. Ja, die vier Vorbereitungen, genau. Alle greifen? Ich glaube sofort, kann starten. Leicht, oder? Leicht, oder? Genau. Ja, nochmal. Lass es normal machen. Okay. Start weg. So, und schön schleißig, wer es mir nicht getan hat, der ist zu abonnieren. Ich habe, Bruder, 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 Bruder. Warte, wenn dann eine Frage, was muss ich auch so als Käufer tun? Soll ich vollkommen sein, Ahmed, so? Nein, du musst nicht machen, du musst einfach nur gerne, ich mache, du musst einfach nur gerne zusammen. Also egal, nee, der kann die Kasse aufsammeln, also dieses Ding. So, welchen? Ja, dann kommt, nimm mal den. Seid ihr alle bereit? Getuntes Fahrzeug, ja, ich bin mein Cabo, ja, easy. Ja, bin bereit. Bin bereit. So, let's go. So, let's go. Wie eine riesige Vorbereitung läuft. Nein, nein, ich sehe gerade, das alles ist ein bisschen verzögert, ähm, dabei. Das ist normal, das ist wirklich normal. Im Stüm ist immer alles verzögert. Okay, jetzt geht's los, wir nehmen mal meinen Vasen. Ja, ich stecke jetzt mal einen gelben. Du bist ein, also... Ihr habt alle einen Wagen, wie er dahin kommt, ne? Ja, wo bist du denn? Ey, cool, cool, cool. Wum, wum, wum. Ja, Leute, diesen Wagen habe ich mir selbst geholt. Das ist der 9F Cabrio. Von Legendaries gekauft. Und ich sag, du hast du ihn. Ja, obey. Und meiner ist schneller. Ja, deine Roslau-Wagen hat Spaß. Ey, Mann, Alter, das ist jetzt kein Spaß mehr. Na los. Jetzt fahren wir mal hin. Wir haben ein Teamleben, ne? Also, wir dürfen nicht sterben. Bei der ersten Form. Also, allgemein dürfen wir nicht stimmen. Ja, ich bin auch gleich da. Leid, gleich, ich bin schon da. Ja, chill, ich muss noch meinen Wagen abholen. Ja, ich muss hier rein. Und... Hier rein, ne? Hier rein, ne? Bin da. Ja, chill, chill. Ja, du kannst gut fahren, ne? Ah, ich wurde irgendwie gecrashed. Wow, das passt ja. Mieser-Wagen, Alter, mit Motto dran. Rekte-Farken, Rekte-Farken. Mieser-Wagen. Jetzt geht eure Position, geht eure Position, Mille. Tschüss, Mann. Ja, ich bin so der Beobachter, oder? Nein, die kommt nicht jetzt, oder? Nein, das ist, äh, das ist so, wenn... Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie, du, gerade. Es ist so, wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt, wenn es jetzt anfängt zu schießen, also, wenn jetzt alle anfangen zu schießen, dann dürfen alle den Posten verlassen, das ist kein Problem. Okay. Ja, jetzt regt es jetzt genau, jetzt regt es nicht. Ey, habt ihr den Filmfehler gesehen? Ich bin gar nicht oben auf diesen Posten, oder? Oder? Ja. 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 Ja, gar keinen Sinn. FIB, FBI. Was? Die Frosch stößt mich schon. Jetzt müssen wir alle in Deckung, nur meinst, jeder bleibt in Deckung, ähm. Was ist passiert jetzt? Was ist schon Bände? Häh? Hä? Häh? Hä? Hä? wer ist das schon ja irgendjemand irgendjemand ist von euch als ist nicht in deckung oder so gegangen irgendjemand muss ja was unternehmen ich würde ich habe nichts gemacht da gibt es nicht dass ich meine die spezialisten ja gta hat noch ein paar bugs leute wenn das nicht die vorbereitung nicht klappt was tun wir dann wir müssen es ja schaffen entweder sehen wir dann wenn wir es nicht schaffen wegen diesem site internet ich bin mal kurz raus aus der fahrt ich komme gleich wieder weil mein headset spinnt komplett macht das bis gleich ja es hat einen zuschauer und der einzigste bin ich glaube ich bin alleine in der lobby ich bin mit hulk in der lobby ich bin mit hulk in der lobby ich bin alleine ladet mich mal einst wieder einst mhm soll ich ich join jetzt erstmal hulk erstmal per party hab dich eigentlich auch schon eingeladen so kevin warum wurde deine nachricht jetzt gelöscht ich habe es nur ein ich habe es nur ein diese netzwerkfehler die gehen nicht klar die fangen schon wieder an mit dem scheiß ja habt ihr noch eingeladen das ist einfach keine tür ja moin du hast einfach keine tür doch wir auf alle beide türen ja bei mir hast du nur eine ja moin so ich trete jetzt jetzt spiele sitzung bei so psycho löscht man nicht die nachrichten von kevin wenn er erst randale macht ne ja ramadan die sitzung die du beitreten willst du brauchst eine spielanleitung in der sitzung ja du musst mich einladen ihr müsst ihr habt mich eingeladen stimmt gut jetzt müssen wir die mission noch mal machen hier ist ein gangster wo hier kein mensch drin ist da war einfach mal ein gangster volk er hat einfach ne maske an und moin der wird irgendwann um psycho warum löscht du die nachrichten wenn er einfach nur guten tag schreibt bist du beinhalt so jetzt müssen wir noch ein bisschen warten bis wir der spiele sitzung joinen aber warum haben wir eben verloren also vier geschlagen warum soll ich party größer machen ich muss jetzt wieder eurer sitzung das ist so unlogisch ja warum leckt ihr alle so weiter warum habt ihr jetzt auf einmal so gammel internet ihr habt die ganze zeit gutes internet ne und jetzt auf einmal im stream habt ihr so gammel internet ne heftig ja ich bin jetzt drin ist dings drin zieht mal euer headset raus und re dann gehts wahrscheinlich wieder ja hallo gehts hallo test 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 ja jetzt ist alles ok jetzt ist alles ok äh 3-2 mit drin äh 3-2 mit drin äh und ähm cool so äh können wir raubüberfall einladen ja soll ich raubüberfall starten ja ich dachte jetzt einfach und lad euch ein startet ich hab jetzt ähm mille ok psycho wartet mal kurz äh ich muss psycho kurz in die party ändern ich hoffe ey wenn du aber ein gammel headset hast psycho ich hab die party größer gestellt komm rein so nett dass sieben leute zuschauen das freut mich leute gleich gehts los mit der ersten vorbereitung ich hab die einladung angenommen ich hab die einladung angenommen siehst du du kannst rein ich hab die party größer gemacht sauber ja was gibts du bist grad live ähm ja 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 was was ähm ich wollte nur sagen als dein supporter im stream äh kevin und so haben jetzt zweite account gemacht und die wollen jetzt äh dings oder äh alles disleiten ja sollen sie doch machen die scheiß hobbylosen Kinder ja ich hab nie immer was reinschreiben deswegen hab ich ähm kevin gebannt also dauerhaft los geht ein ganzes Wetter ja sag dir immer super dass du Gernade merkst äh das ist äh grad kevin und so die versuchen mich zu helfen die haben echt keine Hobbys äh ruhe 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 wie war du musst einfach über Munition kannst du auch kaufen, wenn du das drückst. Ja, ich glaub, du kriegst ein Tagesgeld. So, Psychert verlassen, ne? Genau. Ja, ich will wieder eine Kolba. Herr Ai Hansen ist jetzt drin. Ai Hansen, kannst du bitte gehen? Oder kick die mal kurz bitte. Boah, sobald die Party, ja, danke, gut, die Partys wieder runtergemacht, genau, ich will immer wieder denselben Outfit, oder ne, ne, soll ich Posten nehmen, oder, ne, ja, ich nehm Posten, okay? Süden. Rückbereit, 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 nö, tschüss, 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 dahinter. Ach, ich bin eigentlich schon bereit, ja. Wartet. Ja, okay, komm, wir nehmen jetzt nen Smoking? Oder nen Saku ? Ehm, ich hab's ja im großen Fall fest, damit es geschlossen ist. Ey, eine Frage, ne? Militär, man nur Nightbot. Ähm, es gibt nur so einen Nightbot, oder so kann man das noch viel einschalten, oder... Ähm, auch auf... Achmed, Achmed, ich bin die richtige Brüder, ich hab mein Auto hier. Es fällt bei dir ein. Okay, let's go! Sauer. Wir fahren jetzt zum Treffpunkt. Und jetzt müssen wir wirklich auf alles... Ihr müsst leise sein, wenn die reden, weil da verwirklich ich hinterher so die Aufgabe der Mission, weißt du? Ihr müsst auch verstehen können, was du sagst. Kein Wunder, dass wir es verkaufen. Ja, sauber. Richtig clever. Oh, Cabrio, geh weg. So. Oh, Crosion, Fanda. Jaja. Ihr habt ja auch einer der schnellsten Wagen von euch. Äh, du lach mal, ich bleib, das ist auch so, er hat auch Cabrio. Ja, aber ich bin eben gegen, weiß was ich hier, gegen so ne Kante geknallt, deswegen. Ich bin ein kleiner Dick. Er rammt mich fast von hinten, ich seh so auf Karte. Okay. Okay. Richtig packen alle, Mann, oder? Sie werden uns draufstecken bekommen. Gut. Jaja, chill. Wir waren noch nicht in der Fahrschule. Und da! 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 Ach, Cadrio! Ey, macht eure Mission, ne? Vergiss es nich. Bliass es nicht. Tu numeal, ey! Hey, ist der nicht hier oben?! Der Aussichtpunkt? Ey, die ändern den immer, ne? Die sind Feils! Die sind Feils! Die ist Feils! Die ist Feils! Die ist Süd, 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 Süd. Die ist Norden, Süd! Ja, dann muss ich, wenn es los geht, wieder springen, weil... Ja, ja, ich war auf der falschen Seite, du musst dahin. Deswegen, ach mir, komm wieder zurück, komm sofort wieder zurück, ach mein kleiner Bruder. Ey, du musst mein Zähnner so... Mach jetzt richtig, ich will jetzt nicht nochmal versuchen. Ja. Eine Frise, sag mal, mein Mann, ganz schön. Verlieb ich einfach mal ein Motorrad, es fällt gar nicht auf, wenn du hier überfährst. Nee, nee. Ja, ich weiß, Marvin, dass ich noch Money habe. Jetzt kommt sie, jetzt kommt sie, der Helikopter war da, jetzt kommt sie. Warum, Psycho, soll ich dich jetzt nochmal einladen? Worum geht's denn? Sag erstmal, worum es geht, dann lade ich dich ein. Warte, bis die Kontaktpersonen am Treffpunkt auftauchen. Genau, das müssen wir jetzt machen, jetzt kommt die Animation. Was müssen wir jetzt machen? Warte kurz, Psycho, ich kann ich jetzt gerade nicht einladen. Jonas, bitte bau jetzt keinen Scheiß. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Hm, okay. Warum habe ich ihn freizumachen? Was du jetzt machen kannst, ist ein ganz anderes Problem. Wenn wir alle freizumachen. Was ist die Gutsche, die du denkst? Wir haben es. Jetzt kommt das FBI. Nein, Frank ist nicht gestorben. Frank ist gestorben. Dr. Frank ist gestorben. Ja, was müssen wir jetzt machen? Schalte die Agenten aus, steht bei mir. Ja, jetzt geht es Ihnen. Doktor Rathamann sitzt bei mir. Ihr müsst hinter uns aufpassen. Cool. Ja, wir sind dabei. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Von hier oben hat man richtig geile Aussicht Wir haben verloren Oh mein Gott hier sind richtig viele Hier sind richtig viele Das sind richtig viele Metroid Namen Hatt auf mich auf Alle sind da und alle sind da Ah ne es kommen noch mehr Hol die Aktentasche Ich muss die Aktentasche Oh Chill 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 Liefer die Aktentasche im Planungsraum ab Fahr 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 Überlebt dein Zug überlebt 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 Könnt ihr nicht mit dem Wagen oder so flüchten Geht nicht Ich hab so wenig sterben Ihr dürft nicht sterben Ihr dürft nicht sterben Ich darf nicht sterben Achmed du darfst nicht sterben Sonst verlieren wir die Runde Achmed Junge Ich muss doch was sagen Ich muss doch was sagen In diesem Moment wo ich uns fuhl Ähm ne mein Name der Stand ist einfach das auch explodiert Schneller Neustart drückt R2 Alle R2 drücken Wenn du jetzt drückst dann liegt das alles an dir Habt ihr alle R2 gedrückt? Ja Ja gut Jetzt versuchen wir es noch ein paar Mal Junge wie lange soll das noch gehen hier? Ein Millimeter Likes hat der live stream gerade Sieben sechs stück das geht eigentlich Jetzt guck mal wo wir zu sollen Null Ich glaube jetzt kommt Psycho in die Party Jetzt kommt Psycho in die Party Junge so lange Stimmt ja Psycho ich hab die Party auf fünf gestellt Aber jetzt starten wir ja nochmal die Mission von neu Ich glaube erst ab den Aktenkoffer oder? Starten wir wieder Nein 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 Doch ab den Aktenkoffer Doch nein Doch Nein 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 Egal wir müssen Ach Matt geh in Deckung mit R1 oder so Versteck dich irgendwo Hab ich auch gemacht von oben Dann überlebst du Ja Ich geh jetzt noch mal zum Treffen So Okay wieder auf Position Munition Die Munition habe ich ja noch Ah ich tschaffe Ja ich muss noch auf Ich muss noch auffüllen Für mein Gewehr Gebrei Ich nehme mal gelang Nehme mal Alles klar was los jetzt Was für Postenorn hat versagt Hä 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 Was für Pessere Was Lass mal nochmal Hä Die GTA Logik heute ne Ne Dieser läuft Wie lang geht der läuft schon Ist doch jetzt egal Die Hauptsache das wir machen Die mission jetzt Was haben wir jetzt Jetzt Wo hab ich den Wo hab ich jetzt grad verkackt Vielleicht weil ich mich geduckt hab die doch einfach hin wo ihn ist das ist ja das darfst du nicht du musst stehen bleiben du musst stehen glaube ich deswegen du musst ja du bist ja aussicht punkt du musst aussicht haben darfst du nicht verstecken oder wir haben ein team leben ja geht weg von dem auto oder so versucht euch irgendwie so in der ecke oder so zu verkriechen da in der so wollte ich jetzt nicht rein dann stelle ich die party wieder auf vier tötig kommen jetzt warum habe ich denn das scheiß mg in der hand bei mir und ein fallschirm in der hand ich habe mg bei mir in der hand und habe ein kalt gemacht seid mal leise kurz ich habe ein gewehr und fahrrad ich habe es auch heute kommt das fb doch so ist tot waren sie eigentlich von den fb und von den FBI so verschieden wo läuft die eigentlich hin das frage ich mich jetzt die die machen wir das das macht es muss hier ein Feuerpistole nehmen ist besser ich bin tot ich bin tot glaub ich bin tot glaub ich bin tot glaub ich bin tot glaub ich geh doch in Deckung das ist auch ja ich bin ja in Deckung das ist nur von dieser Position aus wo ich irgendwas vorne ich bin hier oben ich krieg die alle easy weg alter ich muss munition bald füllen wenn wir das hier zu oft guck mal ich kriege alle hier gedauert ich habe ich glaube ich habe hier die beste Position um alle zu holen jetzt ich halte ich halte du musst mich an die Position fahren fahr 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 cool cool fahr 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 ich sterbe hier lang hier lang hier lang hier lang hier lang hier lang gara jetzt Alter jetzt sind wir sind wir alle weg ja ja guck sei Dank jetzt so war der what the fk halte lebe selbst lebe halte lebe halte lebe ich habe auch noch den nicht gesehen alter dieser war er kann da nicht mehr gas geben ich habe mich sehr wichtig man cool du bist echt so schlecht zum fahren ich lebe noch ich lebe noch ich suche ein auto ich versuche ein auto zu finden ich habe ein auto ich habe ein auto ich habe ein FIB Auto braucht kein Auto haltet nur 300 Meter noch 300 Meter haltet so nicht die Bullen sind euch hinterher also das FIB FBI FIB Alter das ergibt so keinen Sinn ne seid ihr da ich glaube alle müssen da sein nicht nur nicht nur du nein alle nicht alle oder nicht alle nicht alle ja Achmed braucht plus tausend stunden bis er aufsteht ich muss mal ein Partner drauf ich hole mir jetzt so nen Kack Wagen hier los geh raus ich komm jetzt mit Auto ja ok wir haben 3 sind drin ja was ja geht doch pfff das war noch mal knapp alter start 10 wie viele Vorbereitungen sind 3 und 4 glaube ich nein bei 3 sind es doch 4 allgemein jetzt noch 3 ich weiß aber nicht ob ich das öfter schafft abgeben jonas hör einfach auf alter jonas geh einfach vom stream wenn dir den nicht gefällt man alter das braucht man nicht öfter zu sagen bei euch du lisey so wir haben es jetzt geschafft aber es war eben heftiger scheiß ne geht doch nein nein lass ihn drin warum bitte ich hab deine F.A. genommen ok danke bist der beste Freund Achmed hat wieder Gammel Internet oder? ok ähm jetzt ist du jetzt auf mach jetzt weiter nein Achmed 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 ist nicht mehr in der Party Schuppein wir trinken mal ein kurzen Schluck Wein ich habe ich gue Georgen Eure Viip sie Ich bin Studie Der macht nie wieder beim Livestream mit, er darf den auch nicht gucken. Komm, wir nehmen noch einen Wein. Aber dass wir nur nicht zu besoffen werden. Achmed? Du bist bei mir im Freitag. Achmed. Bin ich nicht. Roland ist überhaupt allein. Ja. Geht doch, wir haben das erste jetzt geschafft. Komm, jetzt machen wir die nächste Vorbereitung. Ja, jetzt musst du so schaffen, bis zum Schluss. Es sind noch vier, es sind noch vier, es sind noch vier. Es sind noch vier, siehe ich. Ja, Anton, dann können wir auch zusammenzocken, wenn du Bock hast. Hab jetzt auch neulich angefangen mit GTA. Und ich sehe, es kommt auch gut auf YouTube an. Ne? Ne? So, wir löschen mal das alte Video jetzt. Oh, das ist perfekt. Wir haben es 18 Uhr. Du musst 19 Uhr weg, oder? Wir kriegen nicht wahrscheinlich vier Vorbereitungen in einer Stunde hin, oder? Ich weiß noch nicht. Mann. Nur noch zu viel, ähm. Oder wir würden einen anderen holen. Jonas. Jonas oder Kevin, könnt ihr vielleicht kommen, wenn ihr zuschaut? So, wir haben jetzt die erste Vorbereitung, ja. Haben wir dafür Geld bekommen schon? Ja. Ja, ja. Tausend. Hm. Tausend, ja. Und, mein Klinel, ähm. Können wir noch nachher Minigames so? Na, das, das wird zu lange dauern. Minigames werden wir nicht schaffen. Weil, wenn wir jetzt die vier Vorbereitungen jetzt noch machen müssen, und, ach so, ja, warte, 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 ich hole erstmal Munition. Du musst erstmal starten, ne? Cool, du musst starten, ne? Wenn ich Munition, ich hoffe, ich hab keine Munition mehr, dann kann ich nichts machen, ne? Ich hab gesagt, warte. Egal. Ey Leute, ich kann einfach nix in den Leistungsschreiben. Hm, wenn ich hin die Karte einfach komplett ab. Ich finde das, das schieb ich einfach mal nur ein Leitungsschirm von beiden. So. Bin in unserem Fahrzeug Cabrio. Ja, bereit. Jo, alles klappt. Was kommt das nächste? Cool, wir nehmen jetzt immer mein Auto, willst du fahren? Nein, ihr habt zu hören, Freund. Ich nehme mein Auto, ich nehme dein Auto. Go. Begib dich zum Davis-Quartz-Steinbruch. Du, ich nehme dein Auto, ich nehme mein Auto. Warte mal, wo hat sich denn, ach, mein Auto ist hier. Stimmt ja. Ach, mitfährst du mit mir mit? Oder? Ne, ich fahre alleine. Ich fahre mal ein Auto. Ich muss auch noch meinen auftüren, ich habe jetzt nur magblau reingemacht. Und diese Felgen und so einen Gack. Mein erst mal schwarz und matur. Ja, Matz sieht immer so richtig fresh aus, muss man sagen. Schwarz, blau, so dunkel fahren. Ja, auch. Und jetzt auf die Autobahn 280 Kammer. Ein Team, den haben wir, ne? Ja. Ja. Also einer kann sterben. Ja. 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 Oh Mann, du Scheiß-Auto. Wie ist denn jetzt da? Und bitte mal ein Auto. Oh, das ist richtig weit, Alter. Hören wir vier Kilometer. Ich habe mir zwei. Hören wir vier Kilometer. Ich bin nicht ganz. Hey, ist ja Achmed, ich bin direkt hinter ihm. Achmed, du bist falsche Spur gelaufen. Ich will, ich will euch gar nicht mal. Du willst dann nicht einfach. Oh Mann. Achmeds Auto ist ein bisschen schneller, oder? Ich war in der einen anderen russischen vorgegeben. Also Frau goodman jetzt eben ist es druk, auf dem Satz heraus bin. Weil sich her nicht freuen und coercinnert. Hörer uns. ja na ja hier waren wir doch schon mal die mission haben wir ja schon gemacht oder ja ja läuft dann nicht fährt dann nicht direkt rein geht schon taktisch vor ach mit junge pass auf es darf jetzt keiner stellen hier ist keiner steht es doch ich muss ja junge er fliegt auf fresse ich fahr den nächsten hier aber kommt zu mir aber das bei mir ihr müsst ihn abknallen ich versuche jetzt daneben draus zu kommen ja hier geben die hier hier ich hab den fahrrad drauf ich hab den fahrrad drauf wo heftiger scheiß gut dass das ein geländefahrzeug ist alter da kann ich mich bei gott bedanken alter oh mein gott er ist rüber gekommen bringt den insurgent zum übergabe das riecht heftig vier kilometer jetzt fahren alter wasser ach so dann müssen wir zum stützpunkt dort sind zum übergabe wort und dann uns verteidigende von dort ne verpisst euch scheiß autos ich wurde angehörtert cool ich mach die vorderung weil wille wird angeschlossen menema fährst du hin zum übergabeort er kann besser fahren und er kann besser fahren als du hörst und schliess mal weil mir fährst du eine war zum ammunition häh bin ich behindert häh ja häh ich steck mich auf gerade beim ferschein hey das ist so unlogisch man warum zeig mir deine route zum ammunition an ja weil ich keine munition mehr hab ich zeig der mir automatisch zur ammunition welchen ist die behn hat alter das spiel so richtig dumm hat ein sinn okay wir sind jetzt auf route die crash nicht immer die sebassade ne jeder fährt das teil um explodieren nicht pass auf pass auf bring dich in sicherheit du heilst ja mit der zeit wieder leben ja ach mit wie junge wieso machst du selbstmord aber wie viel leben hast du noch und und kopf weit tut angeht jetzt soll 30 prozent leben ich sterbe fast ok ich habe wieder helfen zu kommen du kriegst ja Nein! Ihr müsst mir helfen mit dem Geschütz. Ah, fuck. Ja, danke, Auto, dass du ihn abgehalten hast. Oh mein Gott, wenn der auch abgezogen ist. 500 Meter noch, kommt. Jetzt müssen wir ihn ausschalten. Pass auf, die Scheiß, die Kurve des Grauens, Alter. Oh Gott. Schalte die Meriwether-Leute aus. Sind wir dort? Ja. Ach, da müssen wir ihn. Ich dachte, wir müssen den erst mal umbringen. Gar kein Sinn. Es ist bis heute nach 6. Also bis heute nach 6. Also bis heute nach 6. Das ist ein riesig Schaft lang. Wir haben jetzt die zweite Vorbereitung. Genau. Da haben wir es ja jetzt geschafft, ohne einmal zu sterben. Ja, ich bin Gold. Geht doch. Ach, weil es braun ist, nur weil er gestorben ist? Ist so, ne? Weil er selbst braun gemacht hat. Aber Akbar. Nein, Spaß. Wenn, 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 wenn jetzt, äh, Ahmed, alle Vorbereitungen plus Überfall schafft, dann ist es ein guter, weil er hat das jetzt keine Sachen geschafft. Also jetzt nicht fleidigungsmaß. Also jetzt nicht fleidigungsmaß. Egal. Ist doch egal. Scheiße auf Dislikes und Likes. Das ist ne dumme Bewertung einfach nur. Ja, äh, eigentlich, eigentlich wirklich mal Kack auf Hater. Weil, Kack auf Hater, mein Güte, mein Deutsch ist auch gut. Kack auf Hater, äh, weil, äh, weil, auch weil Hater Dislikes geben, die Klicks kommen immer drauf. Die Klicks werden zusammengezählt. Ist halt so. Ja. Mein Deutsch weiß auch gerade das Beste. Einer ist wieder rausgegangen, oder? Oder ne? Ähm, Dennis, ähm, Jonas hat in den Chat geschrieben, Dennis and block Kevin. Hm. Ahmet und raus. Warum? Ist das jetzt wieder? Ach, die Karre. Ach, die Karre. Ach, die Karre. Ich fahr mit meinem Lamborghini. Scherz. So. Let's go. Wo ist Ahmet hin? Ahmet ist nicht mehr drinne. Ich, ich fühl mich bei einer Rallor, wie cool noch mich mit einem. Lad ihn mal ein. Ich starte jetzt wieder. Wenn wir noch eine Menge, Johan. Ich glaube, es ist 18, äh, 16, es ist 18 Uhr 16. Ja, los, damit wir jetzt zunächst... Oder liegt Manni auf dem Boden? Ja, äh, äh, äh. Oder um 34. Ja, lad uns, äh, ich hab ne Einladung bekommen, fand gut. Ich auch in dem an. Ich nehm den. Also... Ich hoffe, ich hab' ich auch von geladen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, alle Leute, die haben noch einen Start. Ja, paar sind noch da. Ach. Let's go. Ach, mit Join wieder nach. Also, du's bestimmt ein paar Mal. Ähm, ich guck nebenbei den Chat mal ein bisschen noch durch. Ja, der Einzige, der jetzt auch fett... Nein, 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 nein. Bananerkarim sagt immer in's alleine. Ja, wie grüß'n ich auch, Bananakarim. Ich hab' Panzerung gekauft, nochmal. Hey, ich kann, äh, ach, nur nicht einladen. Keine Einladung zu schicken. Warum? Ich kann, ich kann einen... Ja, weil der zwei tritt voll. Komm, mal, alles bei uns getrillst. Doch, er tritt bei. Ja, ja, perfekt. ich habe jetzt komplett alles gefüllt meine meine ganze munter jetzt sind wir jetzt noch bei der bei der dritten vorbereitung oder ja ja wenn wir jetzt sie sind die dauern nur zu 10 15 minuten das heißt wir können noch den überfall wenn wir es schaffen wenn dann müssen wir für den überfall wenn sie dann nicht offline gehen muss dann und dann noch mit personen die dann die übrigen mithilfe ein kräftiges ein kräftiges ein kräftiges ein kräftiges werden 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 wer hat ein kräftiges machen man hört fast alle spieler doppelt bitte grüß nicht mal ja wir grüßen nicht bei einer karin und warum hat armit jetzt verlassen armit moin bananenka wünsche ich dir ja man hört man hört uns doppelt das ist normal weil cool sein kann man hört uns nicht doppelt im stream bananenka man hört nur so ein kleines echo von bei cool nicht nicht doppelt hören ich komme gleich bis dahin das macht auch mit die gewohnung verweist ich habe mit mir sein bruder ach wächt ich habe das beste der ganzen welt Digga, ach, wirst du das nicht so aus, ey! Ich schwöre! Ey, ne, weißt du was? Ne, es reicht mir, Alter. Ach, mit Vergewaltigung, sein Bruder! Wer ist das Bisse der Party? Alter, wer ist das Bisse der Party? Ah, du, Mitte! Fuck, man, ich würd noch nie so kicken, Alter, das ist nicht normal, ey! Ach, wer fickt das? Ja, das ist sein Bruder, nicht sein Subester. Er hat sein Subester, das ist sein Bruder-Kack-Banana. Das ist nicht normal, ey, der muss immer seinen Bruder zusammenschlagen, warum auch immer. Ach, mit Verprügele nicht deinen Bruder, ey! Ach, mit, das reicht, Alter, sonst komm ich zu einer Frau, sonst ist ich persönlich in den Arsch. Wenn doch einfach irgendwas mit deinem Bruder mal nicht schwöre! Ich raste aus, weil ich mich einfach hier zucken! Und warum damit... Alter, hört man wieder schreit, ey, das ist nicht normal! Ja, ach, nee! Alter! Mille, 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 ähm! Mille, Mille, kick ihn raus, kick ihn aus der Party, das ist nicht normal, der schreit den Bruder wieder schnau. Ich bin jetzt wieder am Start! Da bin ich nicht! Ich hab ne Worte, Achmed, schuldig! Schau mal, du Hund! Schau mal, ich bin jetzt auf, ich bin jetzt auf mein Ohr und schreit den Bruder, ich bin jetzt auf meinem Ohr und schreit den Bruder! Ey, Achmed, bitte ich mich! Achmed, du Hund! Okay, jetzt komm mal, Achmed, komm mal, Achmed... Achmed, du Hund! Wir haben nicht so einen 5-Mann-Eing-Lag, okay! Lach nicht in Roku, da war, allein! Über Telefon! Ja, hab dich tausmal, geht mal! immer party weil ich habe haben wir haben auch glaube ich ein paar zuschauer für unter 18 jahren hier wie warst du mal bin nein du kannst mich nicht verarschen doch jetzt kann ich den honk einladen geht doch warte cool ich wusste dass kevin darauf antwortet arme fickt seine schwester ja auch mit hat die sie im schrank okay ich habe munition fertig kann starten cool wir haben nicht mehr viel zeitlos er muss doch gleich kurs starte alle kommen bei mir rein scherz ich gehe zu sehen alle dachten so ich will zuhören kurser kurs k noch etwas mit flugzeugen über springen einfach bitte warte bis der rauke was ist durch er ist auf drogen Er ist manchmal ein bisschen besoffen, deswegen macht er ein bisschen Zeit. Hey, ich habe ihn nicht besoffen. Nur eine in der Falle hat es besoffen. Seid doch mal leise, Yild. Ey, ne, man, ehrlich, lass uns irgendwas mit freiemodus machen, weil ich muss eh bald raus und wenn mir das lohnt. Wir bringen jetzt die dritte Vorbereitung, machen wir jetzt. Und wenn du offline musst, dann suchen wir uns einfach einen vierten Spieler. Ja. Ich brauchst das Kisch, Alter. Warum sind wir jetzt hier in Ordnung? Dann wo? Habt ihr jetzt abgebrochen? Ne, ich bin in der Lobby. Hä, warum habt ihr abgebrochen? Das war, ähm, Kevin. Ach, für Kevin. Halb. Was, ich nicht an? Da hast du auch verwirrt. Larus, wir haben nichts angeboten. Ich wollte selbst mit dem Gang hier. Hä, machen wir jetzt nicht die dritte Vorbereitung? Ach, egal, wir brauchten deine Wagen eigentlich, wie das was entwickelt. Kommt jetzt rein. Okay, weißt du, dass wir nicht noch wohnen waren. Digga, war nachher in Ordnung. Sei doch mal leise, bitte. Bitte. Ich verstehe jetzt gerade gar nicht. Ja, ach nee. So laboriert die immer unten. Äh, wollen wir jetzt nicht die dritte Vorbereitung machen, oder nicht? Ach, bitte, Junge, du hast so ein Gammelettet. Geh mal aus der Party raus. Mach Verbindungstest. Digga, die André. Hey, Mille. Mille, Mille, das ist irgendwelche Mieke, ich spiele da, weil... Ich brauche das Kämpfer. Komm, 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 komm. Wir haben jetzt vorgehabt, den Banküberfall zu machen, also den Überfall. 18,16,20 bei mir. Ja, aber ich, ja, aber ich bin doch, das weiß ich nicht, ich brauche noch Geld. Ja, dann kann ich ja nicht führen, wenn du gehst, gehen musst. Ich kriege euch beide gleich aus der Party, wenn ihr jetzt nicht eure Fresse hält. Man, ey. Ja, ich kann achten. Und hört auf, in den Chat zu gucken, schließt die scheiß YouTube jetzt. Ey, will jemand jetzt noch mitmachen bei der Vorbereitung, Kevin oder so? Weil Haltwasser kann ja nicht, der hat ja keinen Bock. Ne, doch, ich kann ja schon mitmachen. Ja, machst du jetzt mit oder nicht? Ja, wenn die anderen zwei Lachen einfach normal bleiben, ey, die Fresse hat nicht steckt. Cool, lad mal bitte jetzt Haltwasser und Ach mit ein. Hab ich schon wieder, hab ich schon bei mir. Ich hab keine mitbekommen, lad mich doch mal ein. Jetzt aber. Und Achmed komm auch. Achmed, der Trog, das machen wir auch nicht, ob ich möchte, die wachen bei so einer Phase, die gute Leute ab. Du sollst mich in den Aufruhrfall einladen, nicht in diese Zündung. Warum habt ihr aber verlassen gerade? Ja, ich weiß ja nicht, aber die haben alle komische Zündung oder... Ne, ne, ähm, können wir machen, Psycho. Äh, Kevin, willst du mitmachen? Also The Antrix. Falls einer hier jetzt gehen muss, gleich. Für die... Also nach der Vorbereitung. Schreib mal bitte in den Chat. My little penis red banana. Bananen-Cari, langsam ist jetzt gut, ey. Hört mal auf, die ganze Zeit hier zu beleidigen. Ja. Sonst kann euch den Moderator kicken. Ich glaub, das willst du nicht, Karin, ne? Weil Psycho, unser lieber Psycho, also der Dennis, der ist Moderator und der mag's nicht, wenn du beleidigst. Nicht, dass du gekickt wirst und dann hab ich die Schuld. Nein, deswegen. Ja, und weil, und wir wollen das auch niemals auf Kicken. Ja, und dann geht das zu, dann geht das zu. Mein, ja, mein... Achmed, du bist der Einzige, der immer fehlt. Mann, Achmed. Ich glaub, hier, 50 Leute abgeschwachen, was. Achmed, geh doch rein. Ich... Ich kann nur... Robin und Stefan... Ich... Ich... Ja, nicht jetzt, Kevin. Ich meine, wenn... Wenn wir jetzt welche für Raubüberfall... Vielleicht kick ich auch gleich Achmed und Kuhl. Ne? Wenn sie jetzt langsam nicht ihr Maul halten. Ich... Kann ich starten, Mille? Ja, du kannst jetzt starten. Geht doch jetzt. Es kann nicht sein, dass wir halbe Stunde brauchen, damit es Leute gebacken kriegen, in eine Lobby reinzugehen. Ne? Übrigens, äh... Wie lange hast du gedacht, dass das Spiel läuft? Junge Karim, sei doch jetzt nicht schon eine Missgeburt. Also sorry, dass ich jetzt Missgeburt sage. Ne, ist halt so. Da können wir jetzt nicht für. Ich hab's nur lieb gemeint, ne? Bitte nicht beleidigen. Wie lange hast du geplant, dass der, äh, Leipzig läuft? Eigentlich zwei, zwei, drei Stunden, aber weil wir es ja nicht gebacken kriegen. Weil davor noch irgendwas passiert ist, also maximal bis 8 Uhr. Ja, äh, ich, äh, schau's, äh, wenn ich auch... Kannst du mal... Kannst du machen. Ja, ich hab' geschossen oder so an. Äh, du weißt nicht, wie man kann heißen, stimmst du vielleicht auch noch in den Chat rein, wenn man halt nicht in die wird. Ja, Psycho, ist mir egal, ob er jetzt einen Dislike zieht und so. Aber, sorry, Karim, ne? Wir können nicht dafür, ist seine Schuld. Er wollte auszuhren gekickt, er wollte auszuhren gekickt. Achso, dann, jetzt kann er nicht zuschauen, ne? Also jetzt kann er auch nichts machen, neiken oder das. So, Leute, viel Glück jetzt bei eurer Vorbereitung hier, ne? Du glaubst doch, ey, Mille. Mille, er sagte... Mille, der hat sich auch beleidigt mit, ähm, deinem Kanal macht. Ich möchte, ähm, äh, dich, er abo-zumiert dich und, und er sagte, ähm, dein, dein YouTube-Zentrum... Halt, warum nimmst du mein Auto? Habe ich dir erlaubt, mein Auto zu nehmen? Spaß. Ja, ich hab' nicht gefragt, äh... Ach, mit, markier mal bitte den Ding, die bitte. Ähm, ähm, hier. Ich bedanke, dass du ihn gebannt hast. Ja, ich bin so, die Küche, doch, dein Kindergeld. Ja, danke, auf jeden Fall, dass du ihn, ich kenne ihn von früher, das ist so ein Arktzocker, ne, so ein kleines Kind. Keine Ahnung, warum der jetzt irgendwie so Probleme hat. Ich hab' ihn nur gesagt, dass er aufhören soll, zu beleidigen, ne. Ja, das ist nicht. Und Mille, ja, die haben wir von heute. Das sind die meine Kinder von heute. Ja, die müssen immer gleich rauskappen, nur wenn man den mal kurz bittet, dass du irgendwas machen. Ne, die randkoppeln aus, bis kandieren einfach. Ja, versteh' ich. Pass auf den Obdachlosen auf. Mille, und was, der hat dir auch gedroht, dann, wenn der gekickt wird, ähm, der abonniert dir deinen Kanal auch. Soll er doch machen, ist mir doch egal. Ich hab' 598 Abonnenten dann noch. Na und? Was juckt mich die Abonnenten jetzt, Leute, ne? Also, mir geht's jetzt so mehr um die Klicks. Pass auf, halt. Also, mir geht's eher so, ich schau' immer so auf die Klicks, wie viele so das Video schauen. Darum geht's mir so meistens, wisst ihr, Leute? Und so ist es auch, glaube ich, auch ein richtiger YouTuber. Und er will auch, und mit sich halt, willst du auch so welche, ähm, Abonnenten, die ich beleidigen? Ja, Leute, äh... Moin, Iceman14, nein, wir zocken auf PS4. Ja, können wir da was auch nicht selbst machen, wir auch eine Tater, oder? Ja, Kevin, wir wollten ja jetzt eigentlich unseren Überfall machen jetzt noch, hier, auf Human Labs. Und wir brauchen wahrscheinlich einen Spieler dann. Ich werde mal gut oder so machen, ich weiß nicht, ich würde ganz gerne warten. Ja, aber ihr könnt trotzdem so mal, äh, in Spots zeigen. Begib dich zum Dingi, Alter. Ich muss erst mal mal aus Blut mal rufen, wenn ihr mit Tater. Hört doch mal auf alle durcheinander zu reden. Ihr redet drei auf einmal reden. Man versteht keine Ahnung. Schau' an. Achmed, ist da rein. Ja, weil die zwei immer, immer ihre eigene... Ich stuhe euch gleich, Achmed. Geht doch. Ja, quasi, was ich jetzt noch fragen wollte, wegen den Ater. Scheißegal, ich will like, so wie du Dislike, man hat, die Klicks, die kommen immer noch nicht. Glaubst du, die Ater sind oder nicht? Die können in die Kommentare schreiben, die können machen, was sie wollen. Ist so. Dafür gibt es den lieben Dennis, der dafür sorgt, dass diese Harzköpfe ein für allemal weg auf meinem Kanal sind. Ne, Dennis? Boah, Alter, cool, du kannst gar nicht fahren. Spaß. Ey, ich bin mir fahren, weil wir gelekt. Irgendjemand hat von uns hier ein Gammelinternet. Ja, ich muss. Für mich lekt mir nicht Spaß. Lass mich mal fahren, lass mich mal fahren. Ich bin noch für gelekt. Ich bin aber dann raus. Nein, aber mein Gigi. Sorry, Leute. ich habe mir das jetzt immer dass ich bin drin ist ich bin drin ist ich habe mich nicht so ey psychos hör mal auf mit dem rumgespähen jetzt hier mein channel zu äh mein instagram channel hier zu werben du kannst es machen von mir ist aber nicht so oft die leute diese wellen alter heftig und diese grafik aber die grafik ihr müsst euch einfach mal vorstellen ich glaube im stream kommt das nicht so gut heftig was ist das scheiße ist gut cool ich will jetzt dringend einer von euch gammel internet ich schwöre einer von euch hat so richtig heftig gammel internet alle wissen wie ich auf ja kevin das dachte ich mir auch so what the fuck alter wir sind geglitscht durch wasser hat vor wie weit ist denn dieses schiff eigentlich weg alter das ist über atlant über den atlantik hohe sind wir gefahren da ist deswegen ist es so weit weg wir wollen angucken ob du sonst machen wir haben wir sieben zwanzig stimmt ich komme nicht mehr raus kommt man hier rauf ich kann mich ich kann mich noch nicht so hin ich kann machen so jetzt sind wir gewählt jetzt geht's ab hier wir machen den Rausch mal für euch frei wir machen wir machen wir machen er hat mit den du verschwindest immer unser leben wir haben wo leid er ist immer der erste achte du musst noch ein bisschen lernen die gta ich habe auf ps3 schon gezockt ich habe erfangen ich habe auch erfahrungen ja ja ihr dürft nicht das wird ein bisschen heftig warum schießt denn ich ey dieses internet ne hab ein wenn er meiner schießt jetzt schießt er scheiß internet cool man cool sagt man irgendwie deine Eltern oder so wenn sie YouTube oder so anschauen sie soll mal kurz ausmachen ja oder irgendjemand der grad internet braucht verbraucht nehmen die treppe zum flugdeck das machen ich bin schützt mich und die Mäste umsonst abwärts noch einer abwärts die geachten okay es kann Junge trinkt kein Bier und kommen jetzt mit Zürich ja ich trinke nicht das ist die 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 bleibt die 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 ich kann nicht fahren mit dem Dramat der die 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 das doch jemand die Der 1 facilities 1 wie ja 1 1 2 2 3 das ist ein bisschen sind heftig schalte die Kampffahrer aber mit nachdem er war es nicht liegen muss nicht liegen annau also okay ja ich will sich riskieren die St singen absturz kann ich was von ihr machen ich schaue so lange die Dingsdorf ja auch so lange die Leitlinien oder Leitlinien ja ja Leute ist ich nicht die dass ich ich bin nicht so oft mit Jets geflogen ich bin sehr schlecht im Fliegen deswegen ich will diesen Teamkirch nicht riskieren jetzt ja kein Problem nein das ist ein ernst man ich bin noch krank haben wir geschafft ja auch mit der Spiegel lassen nicht dein Ernst das wird das ist nicht so einfach Leute man merkt nur weil irgendeiner so ein kackgammel Bambusleitung hat ey ähm nicht nur ey durch den Livestream hab ich so scheiß internet was hat das damit zu tun geh nicht ins Livestream alter schau nicht den Livestream an und geh ins ich bin bestmattet ins Livestream wir spielen auch ganz zu fett mit euch ähm Dings Mille ähm Psycho fragt ob er Werbung für seinen Kanal machen darf wo willst du es denn machen Psycho hey Kevin ladet mich Rambo ein ich glaub ich geh rein und du zu Kevin mach Kevin wenn du unter dem Livestream guckst ich sag auch gar kein Bock mehr ich würde es mit dem Falsch hier naja Junge wir müssen das noch nicht zu Ende machen lass doch wenigstens noch die dritte Vorbereitung machen ja ich schaff das nicht mehr wir müssen das jetzt hinbekommen haben wir müssen das jetzt hinbekommen haben wir schaffen das mit Kevin wir schaffen das mit Kevin doch lass doch mal lass euch noch die dritte Vorbereitung machen ne ich ähm mach das nicht mal weiter ok wir müssen die Zürich rum ey Q Junge seid doch jetzt nicht ey seid doch jetzt nicht so welche was mit dem Raubüberfall sollen wir den in einem separaten Video dann machen ja 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 den können wir in einem separaten Video dann erwähnen also den können wir dann immer noch fertig machen und ja das wäre wahrscheinlich auch besser ja aber das wenigstens die dritte Vorbereitung noch machen dann haben wir so die Hälfte wisst ihr und die andere Hälfte machen wir dann nochmal in einem Stream so ich mein Schimmel schafft ihr das nicht ich kann aber nicht gut ja stimmt Kevin sucht du eine äh sucht du eine Lobby oder soll ich was äh ich bin schon in der Lobby alleine ich bin mit Kevin ey Mille lass uns äh lass uns jetzt in einem äh äh ok Leute dann machen wir das so dass wir die restlichen Vorbereitungen und der Raubüberfall ja äh seht mal Überfahrte bei seht mal Überfahrte bei Leute lasst mich wenigstens noch ausreden wenn ihr nicht mitmachen wollt ja natürlich kein Problem so wir werden dann die Vorbereitungen und in den nächsten äh den Überfall in einem zweiten Livestream dann kürzen weil ach Bezug scheiß Internet hat und cool dann uns im Stichland lässt dann suchen wir halt andere Leute also Leute dann schlage ich vor wir fahren jetzt nochmal schnell nach Hause lassen den Wagen in der Garage und dann hören wir auf mit dem Video also stream so so denn so denn er muss ja sowieso auch äh offline jetzt hier der halbbaster deswegen ja leider muss ich auf hm leider muss ich auf hm wir werden einfach die restlichen Vorbereitungen und den Stream äh dann einfach in dem zweiten Livestream ranhängen ja aber cool muss das halt speichern er darf das halt nicht fehlschlagen oder ne äh das speichert sich ja halt quasi automatisch ja aber äh zum Beispiel nicht dass er sich schon beginnt und wir noch nicht den Stream gemacht haben weißt du ne ich weiß ja nicht ja äh es ist lust ob äh ob er quasi noch online ist und er könnte morgen vielleicht äh den zweiten äh ja oder wir bringen den zweiten Teil morgen genau ja so wir haben jetzt noch drei Kilometer wir fahren jetzt nochmal zurück ja ich auch ich gehe jetzt einfach zurück ich habe ja noch äh 15 minuten dann äh können wir das leisten den Leistung hier noch ein bisschen die Länge ziehen den Leistung hier noch ein bisschen die Länge ziehen ne ne ich geh jetzt nach hause und dann beende ich ihn also verwenden ihn jetzt ja warte er darf mich eigentlich mit äh ich möchte mich mit verabschieden kannst du per party John äh warte mal äh ne ich weiß ja nicht deine äh deine lobby ist ja prüge hast eingestellt dann hab ich dann mal ein dann hab ich dann mal ein weil dann könnte ich mich auch verabschieden und dann hab ich ja perfekt ich nehme an ja das ist denn das wird sich das wird sie hier zu lange dauern leute wenn wir jetzt äh ja stimmt mit der Vorbereitung ich schlage vor leute wir machen dann den Überfall morgen oder übermorgen also den zweiten Part aber müssen gucken wann wir wieder alle Zeit haben Leute ich hoffe ihr könnt das so akzeptieren schauen wir es jetzt auch nicht so viele zu wird ja als Video dann auch hochgeladen ja das ist halt kein Problem also von dem her ich bin dir jetzt gejointed ich glaube ich bin ja ich bin in der Lobby ich jetzt ja kurz meine meinen Wagen anfordern wenn ich zu dir kommen und dann können wir schon mal farbschiff ja komm ins Apartment rein ich tue jetzt kurz in Garage stellen denn die Warte draus ich hab kurz den Leuten zeigen dass ich das gefährlich habe ja ich bin da ja ich bin da immer schön aus ich bin äh siehst siehst wo ich bin nö nicht geh auf die Karte ich bin unten bei dem Hafen bei den ganzen Containern dort also ich bin jetzt hier beim Apartment wer ist das wenn du äh wenn du gegen gefährst dann mach nur irgendwo mit von sonst was halt dann so quasi es endet ich will jetzt einfach nur ihr Ziel sein und verabschieden wenn ich komme jetzt einfach ja ok bin unterwegs bin unterwegs bin unterwegs meuer Hansgert auch schön dass du jetzt vorbei schaust aber wir beenden jetzt leider wir haben jetzt äh zwei Vorbereitungen gemacht und die restlichen Vorbereitungen mit dem richtigen Raubüberfall folgen dann in einem zweiten Stream so zu sagen du kannst du lieber während ich noch unterwegs bin genießen weil irgendwie äh ja natürlich mein Wagen ist zu fett dafür hm warum auch immer ich komme ja einfach mal nicht durch die Absperrung durch wenn mein Wagen zu fett ist wo bist du ja schon ausstellen ich bin mit dem Weg bei dir der Wagen ist nicht gerade langsam er hat auch er sagt ich bin gleich bei dir Junge auf der Marschner Welt er hat da unten sein wenn man Ende der Map ja ich hab gesagt ich bin beim Hafen du fährst mit dem Truck ne ja du fährst mit dem Truck ne ja dann möchte ich mal kurz äh vorzeigen damit die Leute sehen dass äh dass es sich auch lohnt so was zu kaufen auch wenn es ein bisschen schwer ist weil es lohnt sich halt irre dann kann man vielleicht in den Raum zeigen oder so ist ein bisschen leer aber quasi äh quasi halt äh das Video heißt ja quasi Raubüberfall aber ist ja halt noch eine halbe Vorstellung von meinem Wagen ja 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 ich bin gleich zu fahren 2,4 Kilometer Stummlich mal kurz ein Hanske wir machen noch die Begrüßen ja wir machen noch kurz äh Abfahrtsführung quasi ja Leute also wir müssen gucken wie wir dann den zweiten Part also den zweiten Stream rausbringen dann damit wir das hier noch zu Ende bringen weil die Vorbereitung ich bin dann selbst auf jeden Fall wieder dabei Leute das ist kein Problem ja ob ob jetzt noch auch mit und so mitmachen müssen wir gucken ne das weiß nicht wenn ich mich nicht dann äh holen wir entweder Leute rein oder wenn ich mich nicht das möchte ja ja 1,4 Kilometer wenn ich jetzt stecken ja auf jeden Fall Leute würde ich sagen war es das dann sozusagen wir warten jetzt noch bis HALT kommt auf jeden Fall lasst den like da wenn euch der Stream gefallen hat und dann sehen wir uns wahrscheinlich und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder dann die Tage mit dem zweiten Teil in Grand Theft Auto 5 online ich sag ja ich glaub ja das zweite Teil wird noch krasser werden weil ich weiß nicht gerade so wir hatten zwar schon alles vorgeplant aber es war jetzt gerade nicht so der mega live wie wir es einfach quasi am Anfang komplett gefällt ja naja kann ja mal passieren Leute ne ja das Internet ist äh das Internet ist natürlich immer auf unserer Seite genau so ich muss nur noch um die Kurve dann bin ich da haha er kommt mit seinem Laster wuuuuh 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 ich sag ja Leute diese dieser Wagen der lohnt sich die Uhr für 1,23 Millionen also der lohnt sich auf jeden Fall ist richtig schnell und ja waaah lass mich aus der Sinne überfahren haha ja steig aus komm ja vielleicht möchtest du noch das Internet mal ansehen das hätte dir überlassen lassen warte kurz ich hab's dir hier rein dann könntest du's äh machen ich glaub du jetzt hast deine bekommen ja jetzt kannst du's rein sehen ist zwar äh hab jetzt halt nur äh Fahrzeugstärz hat geholt für für den Glitch quasi aber der Glitch wurde ja wieder gepatcht von Rockstar aber so also ist halt hier ja geht eigentlich für 1,23 Millionen ja dieses Teil ist halt auch äh von der normalen Raketenwerfer um die äh 25 Explosionen aus oder so ja chillt doch muss ich sagen chillt eigentlich ja Leute das ist halt so richtig krasser Laster ne also Leute ich wünsche euch allen noch einen schönen guten Abend und danke dass ihr auf jeden Fall allen zugeschaut habt ja das hat mich sehr gefreut viele haben zugeschaut dann würde ich mal sagen zum Abschied hier diese richtig krasse Rock für euch ja ja mega bumm genau und dann sind wir uns die Tage wenn dann morgen oder übermorgen kommt dann halt der Stream vielleicht um die gleiche Zeit 17 16 17 18 18 Uhr dann machen wir den Rest fertig ne ich werde das dieses diesen Stream jetzt auch als Part 1 dann setzen und dann ja und den anderen dann als Part 2 ja so liebe Leute schönen Abend noch haut rein und ciao ja